moin moin willkommen zurück zu let's play the forest ich bin es euer max deos und ja ich habe eine kleine pause gemacht so weil das ein bisschen viel war irgendwie und ich würde sagen wir versuchen mal weiter da auf der anderen seite holz zu kriegen und ich will dieses brot hier fertig haben denn dadurch können wir erst mal das hier fertig haben weiß nicht mal also ich glaube das ist echt dumm von mir gewesen dass ich das überhaupt insel jetzt als startpunkt gemacht habe ja jetzt sind wir schon dabei aber auch die zerstörung von allem ausgeschaltet wir machen wir eben feuer die sind nicht da in der letzten folge sind jetzt weg die festung müssen wir da auf jeden fall anfangen zu bauen auch ne komm her ihr pisser und wo ist der zweite nein 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 da gehen wir schnell weg ganz schnell wo ist der dritte war ganz schnell wo ist der dritte wo ist der dritte wo ist der dritte da ist der komm her wenn die mich immer so belästigen ich muss mich jetzt auch noch gleich waschen scheiße ich beeile mich mal ob wir es reichen jetzt was ich mich auf eine infektion habe ich jetzt wenig noch elf stück 11 baumstämme ja wurst hier brauchen auch was zu essen wir haben nicht einmal mehr fleisch da ist fleisch hey hier geblieben komm her will ich doch nur essen du siehst so lecker aus komm her den haben wir den haben wir und oh man und den haben wir so anzünden so und und mal so ich glaube und zweites stück fleisch wir müssen langsam gehen ja ich weiß dass ich hunger habe und ausruhen wird das noch nix ja komm das zweite musste jetzt auch gleich fertig sein ja so ausdauer wird erstmal reichen also gut dass hier immer vögel sind die ich schnell knappen kann und weg snacken das ist gut das ist top gefällt mir auf jeden Fall so ausdauer wieder marsch natürlich was denn sonst so das licht brauchen wir auch nicht mehr ich habe übrigens jetzt während der aufnahmepause also das heißt aufnahmepause während des kleinen päuschens dass wir diesen zerstören von gebäuden und so weiter immer ausgeschaltet das heißt dass wir dann die dinger hier nicht verlieren können wir da aus versehen wir drauf landet oder wenn die ureinwohner hier meine sachen hier kaputt attackieren dass das nicht zerstört geht wird dann das alles nicht verlieren da wäre das auch auf jeden fall eine ordentliche herausforderung aber für so ein let's play wäre das ein bisschen doof würde ich das privat für mich mal zocken so dann würde ich das auch auf jeden fall anmachen so wir haben gleich auf jeden fall schon mal rot fertig so muss nur toll da so dann heißt es gleich noch einmal laufen dann hätten wir das dann hätten wir das sobald wir das boot fertig haben sobald wir das boot fertig haben das lager da vorne von uns fertig machen und danach können wir gerne auch die insel ein bisschen erkunden gehen suchen höhlen und so weiter gibt es ja jede menge was man hier erkunden kann bisschen angst habe ich auch davor da ist da haben wir schon gleich ein geil aus und sagen dann wird das unser transport tot tot boah ich freue mich schon drauf wenn du gleich gerne hier sei boah diese panicke die machen mir immer wieder äh so ein bisschen angst so weil ich immer denke dass man diese urein kann hier noch ein baum muss noch ausdauer haben und ja und und diese richtung interessant wie die bäume sich immer bewegen beim kippen und wir nehmen der baum hier noch mal Leute an nein andere richtung andere richtung vorbei gibt es noch mal in die falsche richtung immer wieder acht baumstämme da freue ich mich schon da freue ich mich schon und nice der ist fertig mit denen erstmal wieder da drauf und hier können wir äh Baumschammlager machen wir hier einen dann wollen wir ja hier packen wir auch noch einen hin dann brauchen wir hier auch noch mal einen können wir da noch einen hinpacken da haben wir keinen platz mehr hier können wir auf jeden fall noch einen hinpacken und dann brauchen wir noch einen steinlager dann packen wir dann hier hallo hierhin was das geht hier ne auch nicht möglich und so wird es funktionieren ok kleines stocklager packen wir nein jetzt nicht dann lassen wir das da mal stehen und sammeln jetzt das wird super das wird echt super da ist auch zeit dass ich mal was esse haben wir noch einen tüten ja da hat dich kriege ich noch keine sorge oder dich dann haben wir noch einen ball und eine pflanze da ja das ist wichtig und das macht mal zwei die beide gleich essen und dann gehen wir auf stöcker ja ja ich esse sofort was ich muss ein bisschen warten ja ich weiß dass ich niedergehen nicht hier letzte da und und weiter aber das mit dem Vögeln ist gut dass es hier viele gibt's da hinten ist wieder einer da seht ihr den da bestimmt wieder einer komm da ist auf die ganz ehrlich so ich will jetzt eben wieder nochmal was trinken oh das haben wir einen koffer übersehen sich gerade und über Medizin haben wir wieder nice da und hier gibt's wieder stecker was ist das so und hier gibt's wieder Stecker was ist das was tut schon wieder du wollte das nicht anders was hast du davon wie du wieder Blut rüberströmst na toll muss ich so oder so deine wegen schwimmen gehen ja da hinten ist wirklich einer 70 Stöcke brauche ich 70 ich glaube ordentlich was ich da brauche jetzt dafür aber ich würde sagen wir machen erstmal das hier fertig so fangen wir damit an wenn wir die hier auch alle so mal hier lagern und dann schauen wie wir das alles da rüber transportieren wie können wir den überhaupt rüber transportieren rüberfahren wie funktioniert denn das so so ok und jetzt der ist auf jeden fall gedreht wie stehen die hier im weg so hier machen wir den hier jetzt muss der hier auch dann weg dann haben wir hier mal einen aber den hier müssen wir dann weg machen wie fahr ich jetzt damit eigentlich funktioniert nicht so wie ich es mir erhoffe oder stecke ich hier fest ah ich stecke hier fest das ist das ist Okay. Ich stecke hier ganz platt fest, irgendwie. Oder muss ich hierfür irgendwas Spezielles noch bauen? Bauen wir das los, ne? Hier los. Ah, hier gibt's Fallen. Hm? Was da cool ist? Hier sind kleine Fallen. Vortgestunde Fallen. Verteidigungsdornenwand. Okay. Aber ich will jetzt wissen wie. Baut Anlage, finde und koche Essen. Baut Verteidigungsanlage. Naja, da kommt alles noch. Wieso komm ich damit nicht weiter? Oder brauche ich dafür zwei Leute? Kann aber nur lenken gerade irgendwie. Wie warum auch immer? Ja. Ja. Ich kann nur lenken. Ich komm damit nicht voran. Ich komm damit nicht voran. Warte mal. Ich mach die mal weg. Denk hier auch mal. Ich mach das mal weg. Ich mach das mal weg. Und da ein bisschen weiter weg... Ich mach das mal weg. Ich mach das mal weg. Ja, dann würde ich sagen, wie ihr dann wieder mit dabei wart, eingeschalten habt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020